Das tödliche Problem bei der Covid-19 und anderen Erkrankungen mit dem schlechten Gasaustausch in der Lunge ist das Lungenödem. Die vermehrte Flüssigkeit in den alveolaren Septen ist ein Atemhindernis, weil sie die sogenannte Transitstrecke zwischen der Alveole und der Kapillare extrem verlängert. Es wird schwierig genügend Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft zu bekommen und umgekehrt das überflüssige Kohlendioxid aus dem Körper abzuventilieren. Eine Hypoxie und eine Acidose entstehen. Das Lungenödem ist in der klassischen Medizin kaum therapierbar. Es wird zwar versucht, mit dem erhöhten Sauerstoff zu helfen. Die breit angewandte Intubation mit Sauerstoffüberdruck hat sich aber nicht besonders bewährt. Sie führt leider sehr oft zum schnelleren Tode. Die geschlossenen Sauerstoffbeutel über den Kopf ermöglichen zwar, eine leichte hyperbarische Kammer zu imitieren und dann überleben viel mehr Patienten, mehr als bei der Intubation, aber beide Methoden lösen das Problem der Entgiftung von Kohlendioxid aus dem Körper und der zunehmenden Acidose nicht. Es wird dabei vergessen, dass eine der wirksamen Methoden der aktiven Sterbehilfe ist gerade die mit dem Plastikbeutel über den Kopf. Die Erstickung erfolgt sowohl durch den Sauerstoffnot, als auch durch die CO2-Vergiftung und Acidose, durch das zurück eingeatmete Kohlendioxid. Auch eine lange Inhalation von einem Sauerstoff im Freien kann tödlich enden, weil das Atemzentrum durch den Sauerstoff gehemmt wird. Der Mensch vergisst einfach zu atmen, was zur inneren Vergiftung mit dem körpereigenen CO2 führt. Die heutige klassische Behandlung des Lungenödems bei einer Infektion ist nicht optimal. Erstmals, man darf keine hochdosierten Kortisone zur Lungenabschwellung verordnen, weil die Kortisone die Abwehrfähigkeit des Körpers abschwächen. Der Infekt kann tödlich verlaufen. Zweitens, man kann das Lungenödem mit den Diuretiken schlecht behandeln, weil diese zum Wasserlassen, zur Austrocknung und zur Verdickung des Blutes mit schlechten rheologischen Parametern führen würden. Drittens, auch die Infusionen mit Albumin zur Erhöhung des onkotischen Druckes des Blutes, in der Hoffnung, dass das Lungenödem durch die kapillare Rückresorption der extravasalen Lymphen entwässert wird, wirkt zwar etwas, aber verspätet. Das zugefügte Albumin in ein schon zuvor verdicktes Blut verschlechtert die Fließeigenschaft des Blutes zuerst dramatisch, bis es zu einem ausreichenden blutverdinnenden Effekt kommt. Es ist eine sehr ähnliche Problematik, die wir Frauenärzte bei der Behandlung von EPH-Gestose mit extremen Ödömen, Sympathikotonie, hohem Blutdruck, Mikrothrombosierung, Krämpfen, Helps-Syndrom, Wachstumsretardierung und Absterben des hypoxischen Fetus kennen. Dabei gibt es eine elegante und wirksame, in der klassischen Medizin noch kaum angewandte Methode, die in den Fachzeitschriften schon im vergangenen Jahrhundert veröffentlicht wurde, die alle diese oben genannten Probleme sehr schnell, ohne Medikamente, ohne Intubation, ohne Infusion, ohne aufwendige technische Ausrüstung und sogar unglaublich preiswert löst, die aus einem heute meistens unterschätzten Fachgebiet, nämlich aus der Kurmedizin, genau gesagt, aus der Gynäkobalneologie stammt. Als Facharzt für Frauenheilkunde, Balneologie, Physiatrie und Rehabilitation, ein ehemaliger Chefarzt einer Gynäkobalneologischen Kurklinik in Franzensbad in der GSSR mit 550 Betten und später ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Klaus Göke im Akademischen Lehrkrankenhaus Luisen Hospital Aachen, beschäftigte ich mich mit den Kohlensäurebehandlungen jeder Art seit 1975. Ich war auch ein Dozent der praktischen Ausbildung im Grundkurs für Zusatzbezeichnung Badearzt, Kurarzt und physikalische Therapie der Ärztekammel Nordrhein, später ein Privatarzt in Aachen. Jetzt bin ich nicht mehr in aktivem Dienst. Ich habe eine alte Kurmethode methodisch entscheidend verbessert und für die Krankenhausmedizin, ja für die Akutmedizin fit gemacht. Im Jahre 1991 wurde sie in Deutschland als wissenschaftlich anerkannt. Von der Bundesärztekammer bekam sie eine Abrechnungsempfehlung nach GOE. Sie hat sich bereits bei vielen interdisziplinären Indikationen international bewährt. Warum wird diese Methode noch kaum bekannt und nur noch selten benutzt? Weil sie viel zu einfach ist? Weil sie für den medizinisch-industriellen und pharmakologischen Bereich uninteressant ist? Und weil viele Ärzte, leider auch manche Uniprofessoren, oft geschockt werden, sobald sie ihren Namen hören? Sie lehnen sie aus Unkenntnis ihrer Wirkung sofort ab und machen sich keine Mühe, ihr großes Behandlungspotenzial zu begreifen. Es handelt sich um meine geschlossene Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung. Was, azidotische Patienten mit Gasaustauschproblemen mit Kohlendioxid zu behandeln? Kohlendioxid ist doch ein Gift und ich werde meine Patienten mit einem Gift nicht behandeln. So brüsk lehnte sie einmal ein deutscher Professor der Gefäßchirurgie aus Unkenntnis, dem aber gerade diese Methode ungeahnte Vorteile in seinem Beruf bringen könnte. Der Hauptunterschied zu der alten Trockengasbehandlung besteht in meiner Entdeckung der entscheidenden Bedeutung der komfortablen Begleitbedienungen dieser parasympathisch wirkenden regulativen Therapie, wo jeder kleinste Stress eine unerwünschte Sympathikotoniorientierungsreaktion provoziert, die folglich zur Abschwächung der erwünschten CO2-Wirkung führt. Die Komfortbedienungen sind also ein wichtiger Bestandteil meiner Methode und man sollte es auch in der Bezeichnung so formulieren, als die geschlossene Kohlendioxid-Komfort-Gasbehandlung, nämlich. Der Komfort bedeutet bei jeder Trophotropiebehandlung kein Luxus, sondern ein unverzichtbarer Wirkungsmechanismus. Die geschlossene Kohlendioxid-Komfort-Gasbehandlung unterscheidet sich von allen anderen weniger wirksamen oder potenziell gefährlichen CO2-Behandlungen, auch von den sogenannten altbekannten Trockengasbehandlungen, welche oft eher als ein Placebo wirken. Sie ist exakt definiert, um alle Wirkungsmechanismen von CO2 als Maximum zu potenzieren. Anstatt der kurzen klassischen Therapiedauer von nur 8 bis 15 Minuten, dauern sie normalerweise 45 Minuten, also viel intensiver, ohne Gefahr. Bei den Lungen-Öden-Patienten empfehle ich sogar, sie bis auf 90 Minuten zu verlängern, was noch wirksamer, dabei ohne Mehrkosten preiswert und ungefährlich ist. Das steigert sowohl die Intensität und die Dauer der Wirkung, als auch die Stabilisierungsphase für die fortdauernde positive Nachwirkung danach. Denn diese regulative Behandlung ist im Prinzip ein Training der gegenregulatorischen Mechanismen, die sich durch die Wiederholung auf ein höheres Niveau adaptieren und als aktive Fähigkeit fortbestehen. Da in der jetzigen Pandemie das Lungen-Öden zum Tode führt, würde es sich lohnen, die Vorurteile abzulegen, um diese wirksame, lebensrettende Hilfe näher kennenzulernen. Ich rate nämlich dazu, die Lungen-Öden-Patienten mit dem transkutanen Kohlendioxid nach meiner Methode zu behandeln. Dabei werden nämlich alle oben genannten Probleme der Behandlung von Lungen-Öden-Patienten gelöst. Bei der geschlossenen CO2-Komfort-Gas-Methode wird jegliche Inhalation verboten, weil sie tatsächlich das Problem der Übersäuerung verschlechtern würde. Stattdessen wird das hochkonzentrierte CO2-Gas auf eine möglichst viel Haut für möglichst viel Zeit angebracht. Wie funktioniert es? Im Prinzip handelt es sich um eine intelligente Täuschung des Organismus. Es handelt sich um eine angenehme Behandlung mit Hilfe des an die Haut angebrachten konzentrierten Kohlendioxid-Gases, was in einem nur einmal aufgeblasenen, ganzkörperlichen Plastikbeutel unter Auslassung des Kopfes und Vermeidung jeglicher Inhalation auf einer bequemen Liege in Ruhe im Laufe von 45 bis 90 Minuten geschieht. Der Patient erlebt nur ein leichtes Prickeln an der Haut und eine gesunde Müdigkeit, die sich oft bis zu einem erholsamen Schlag steigert. Die vielseitigen Wirkungsmechanismen meiner Methode sind gut bekannt, ja spektakulär und seit Jahren bei vielen interdisziplinären Indikationen, bei vielen Anwendern, auch im nichtmedizinischen Bereich unter dem Namen Biotherik international erprobt. Das Kohlendioxid ist ein gesünder Bestandteil unseres Organismus. Sein Mangel durch eine Hyperventilation zum Beispiel führt zu einer Tetanie, die man durch das Atmen in einem Plastikbeutel wieder schnell behält. In Ruhe produziert unser Organismus etwa 350 Liter CO2 pro Tag, um uns warm zu halten. Während der Arbeit produziert er bis zu vielfach mehr. Nur diese überschüssige Menge des Gases muss ausgeleitet werden, nichts mehr. Das CO2 wird normalerweise aus der Haut abgegeben. Erst ab 4 Volumenprozenten des CO2 in der umgebenden Luft wird es von der Haut wieder resorbiert. Seine Menge, die nach seiner Resorption Transkutan in das Blut gelingt, ist unbedeutend, weil sie im Blut durch die Puffermechanismen abgefangen wird. Im Endhotel der Kapillaren gibt es aber Hämorezeptoren, die die CO2-Konzentration laufend messen und bei Bedarf eine Kaskade von gegenregulatorischen Mediatoren freigeben. Die Hämorezeptoren sind nicht in der Lage, die Richtung, aus der das Signal zu ihrer Reaktion kommt, zu erkennen. Die Mediatoren werden da durch das Blut weitergeleitet. Die Produktion von wirksamen Botenstoffen, die die eigentlichen Träger der Wirkung sind und die durch das Blut weitergeleitet werden, ist die gleiche wie bei der schwere körperlichen Arbeit. Das CO2 ist also ein sehr bedeutender Auslösreiz, der eine vielschichtige, phylogenetisch präformierte Kaskade von Gegenregulationen auslöst. Es ist ein sehr alter Reiz, der daher in der Hierarchie sehr privilegiert ist und der aufbauende parasympathische Veränderungen in allen drei Keimblättern Entoderm, Mesoderm und Ektoderm mit allen ihren entsprechenden Organen auslöst. Allerdings, weil es sich um keinen echten CO2-Mehrinhalt im Blut handelt, wirken die Gegenregulationen nicht nur neutralisierend, sondern überschießend und somit paradox heilend. Das ist richtig zu wissen. Die gegenregulatorische Antwort des so getäuschten, ruhigen Körpers ist ja dieselbe wie bei der Arbeit. Doch, weil es sich hier nur um einen virtuellen Reiz und nicht nur um eine echte, reale chemische Belastung handelt, ist eine so massive Gegenregulation eigentlich unnötig. So kommt es zu vielen überschießenden Gegenregulationen, die dann therapeutisch eine Reihe von heilsamen paradoxen Effekten entfalten. Dabei werden alte phylogenetische Gegenregulationen für Regeneration, Detoxikation und Anaboli Richtung Trophotropie outgelöst. Es ist also wichtig zu begreifen, dass bei der CO2, bei der geschlossenen CO2-Komfortgasbehandlung, nicht chemisch, nicht gefährlich, sondern nur informativ und damit ungefährlich gearbeitet wird. Dann verliert das Wort Kohlendioxid seinen Schrecken. Kohlenmonoxid ist ein Gift, das in einer geringen Konzentration auch in der sauerstoffreichen Luft zum Tode führt. Das Kohlendioxid dagegen ist kein Gift. Es ist nur schwerer als die Luft und so kann es den Sauerstoff verdrängen. Im Kohlendioxid kann man nur ertrinken wie im Wasser. Ansonsten trinken wir ihn tagtäglich in Coca-Cola und anderen gashaltigen Getränken problemlos. Bei der geschlossenen Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung wird das CO2-Gas in einer abgedichteten Plastikhülle sicher eingeschlossen, sodass jegliche Gefahr der Einatmung entfällt und keine Dauereüberwachung des Patienten nötig ist. Sehr gute Ergebnisse sah ich insbesondere auch bei Asthma-Patienten. Ihre Vitalkapazität der Lunge verdoppelte sich. Ihr röntgenologischer Befund verbesserte sich nachweislich. Ihr Atmen wurde subjektiv erleichtert. Das berechtigt diese Methode als eine Inspiration auch für die Behandlung der respiratorischen Probleme der Corona-Virus-Patienten oder Grippe zu präsentieren. Dies wurde durch folgende bekannte, wissenschaftlich gesicherte Wirkungsmechanismen erreicht. Erstmals, insbesondere die durch CO2 gesteigerte Lymphperistaltik ist sehr wichtig. Sie bewirkt einen extremen Lymphzog, das nicht nur Ödeme verkleinert, sondern auch nicht-ödematöse Körperteile messbar dünner macht. Ein massiver Lymphzog durch die stark angeregte Lymphomotion beseitigt das interalveolare Ödön, verkürzt die Transitstrecke zwischen der Alveole und der Lungenkapillare und beschleunigt den Gasaustausch in beiden Richtungen. Dieses Mechanismus sieht man sehr schön bei der Entleerung der Brandblasen bei Verbrennungspatienten. In der ödematosen Lunge geschieht dasselbe. Zweitens, die Fliesseigenschaft des Blutes wird durch die innere Infusion der Lymphe deutlich verbessert. Drittens, die zugefügten Hormonen, Eiweiß und dendritischen Zellen, die sogar aktiviert werden in den Lymphknoten, wirken aufbauend und abwehrkräftigend. Viertens, die zugefügten Endorphine und die Verringerung von Adrenalieproduktion wirken sympathikolytisch, beruhigend und schmerzlindern. Fünftens, es kommt durch die CO2-Therapie zum sogenannten Bohr-Effekt. Damit steigt die CO2, die Sauerstoffsättigung, durch die aktive Fähigkeit, den Sauerstoff aus der normalen Luft, also ohne Inhalation, verstärkt aufzunehmen. Dies ist also eine aktive und nicht passive Funktion, die sogar einige Zeit nach der Behandlung überdauert. Somit werden manche passiven Sauerstoff-Inhalationen und Überdruckbeatmungen überflüssig. Sechstens, es kommt zur Verdoppelung bis zur Verdreifachung von PTT und PTZ, also es kommt zu antithrombotischen respektive thromboprophylaktischen Effekten. Das ist auch bei Corona-Patienten wichtig, die Mikrothrombosierung. Siebtens, das CO2-Gas hat nachgewiesen antiseptische und auch anti-entschündliche Radikal-Fängelwirkung. Und achtens, die überschießende Detoxikation von Cholendioxid über die Lunge, Haut und Nieren führt sogar bis zu einer Alkalisierungstendenz. Und übrigens, die Behandlung kann man auch täglich oder auch bei schweren Patienten auch zweimal täglich eventuell machen. Es gibt nur wenige Gegenanzeigen wie akute Blutungen, akute Entzündungen, dekompensierte Herzinsuffizienz usw. Man kann es in jedem Alter anwenden. Wir behandelten nicht nur kleine Kinder und sehr alte Menschen, sondern auch die noch ungeborenen Kinder bei utero-placentaren Störungen, mit Wachstumsstörungen, bei EPH-Gestosefrauen mit den Botenstoffen Transplacentar. Die deutsche Selbsthilfegruppe Gestosefrauen verwendet diese meine Methode schon seit mehr als 40 Jahren in eigener Regie. Sehr gute Ergebnisse wurden mir auch von den Hospizen berichtet. Sowohl die moribunden Patienten als auch ihre Verwandten haben es als sehr positiv erlebt. Der irgendwann unvermeidliche Tod gestaltete es immer als friedlich und hinterließ keine unangenehmen Erinnerungen bei den Hinterbliebenen. Es wird dabei keine Energie und kein Wasser gebraucht. Es entsteht kein Wasser und keine Abfallprobleme. Normalerweise gibt es dabei auch keine Allergie- oder Hygieneprobleme, weil jeder Patient seine eigene unübertragbare Hülle bekommt, die er die ganze Zeit, ganze Reihe der wiederholenden Anwendungen immer wieder, auch ohne Desinfektionsmittel, nur nach der Austrocknung benutzen darf, weil in der Hülle nur seine eigenen Hautkeime beinhaltet sind. Doch bei den infektiösen Patienten wird allerdings nur eine einmalige Anwendung und dann eine sichere Entsorgung der preiswerte Einweghülle sinnvoll. Ein klinischer Versuch bei einem Lungenödem aus jeder Ursache ist es also wert. Allen Interessenten stehe ich mit weiteren Informationen zur Verfügung. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, so benutzen Sie bitte diese E-Mail-Adresse, die veröffentlicht wird. Vielen Dank für Ihr Interesse und Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.